Richtig böde Sache. Also wir wollten halt nur Molotov-Cocktails bauen. Jan, 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 mach mit. Okay, warte, 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 warte. Ich muss es mir noch einstellen. Ich weiß, ja, ich such's gerade noch. Wie heißt denn das Ding auf Deutsch? Wichsen. Okay, alles klar. Ich find's nicht. Ich mach ein Pisswasser jetzt. Oh, ich hab ihn gerichtet. Oh, ich lass dich doch auch eine Gabel ins Gesicht. Haut sich doch, sobald er, sobald er Mirage steht. Warte, hab ich ne Gabel. HAAA! 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 Ich komm mal kurz auf euch. Hier ist rot, hier ist rot. Kade. Woh, woh, woh! Woh, woh! Echt? Kade war Twitter. Ja. Ähm. Hey, Kenners, was geht bei euch ab? Oh, fuck! Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! AAAAA! Ich mach mal vielleicht mal zu stehen. Ich werd so... HAAA! HAA! HAAA! Adrian, bitte sei mit den B's! Chapeau! Chapeau, danke! HAA! Aber Adrian! HAA! HAA! Aber Adrian! HAA! 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 Das kann zu B! HAA! Aber was? Ah, Speed Freak! Ah, Speed Freak, alles gut. Speed Freak. Speed Freak, ganz kurz mich nicht killen, okay? Ich muss, äh, ich muss was essen. HAA! Okay, bestützt du... HAA! HAA! Ieee! Wow ahfive! Waagieeit! HAA! HAAH! Waaa!!! Ohspiel! HAA! HAAA! HAA! HAA! IHow industry! B! HAA! Country roads, bin de Demi, hab'n Klon, haben wir gekittet? Oh Gott, ich bin da draußen, trifft er mich hier bitte nicht? Achtung, Daira, pass auf, Daira, guck dir mal den krassen Sprung an. Daira, guck mal raus, guck mal hier, oh mein Gott, Hilfe, Scheiße, nein, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich kann die Wand kämen. Achtung, Mann! Einer ist kaltes Olo. Will ich es schaffen? Komm her! Wöh! Alsat wer liegt hier mit seiner fetten Leiche eigentlich? Das nervt ein bisschen weil dann dann stehen die halt früh Oh shit Ich komme hier gar nicht durch oder was? Es ist Neo! Komm schon! Der Kerl! Hör mal! Ja, Stiesel! Nein! Stiesel, gehst du daun? Ich dreh mich! Auf ihn! Auf ihn! Stiesel! Steig ein, Stiesel! Schnell! Stiesel! Ja, f*** mich! Get it on, Dudes! Und Alt-F4 Alt-F4, Enter wenn dann Echt? Die Kamikaze-Fahrer Ich zeige euch jetzt was richtig krasses hier Oh, warte mal, Achtung! It's Forest! Forest! Heute ist so ein schöner Tag Lalalalalala Adrian, lauf! Ich beschütz dich! Du bist ja voll reingelaufen, Mann! Auto raus, dann! Alter, D-F4 könnte noch jemanden... Alter, ich beleidige dich! D-F4, ich beleidige dich gleich! Beleidigung wird hochgefahren! Drei, zwei, eins... Blöd! Oh mein Gott, nein! Jungs, also... Was auch hilft... Was hilft... Also ich hab's auf den Boden gekippt... Und dann noch auf den Kofferraum! Nein! Tags, warte! Warte, ich greife ihn an! Iiiiih! Eeeh! 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 Ja.. Er ist halt einfach zu klein! Ich hab keine Ahnung! Seid unter der... Ichça Sie. Oh, bitte! Danke! Was ist das? Da hast du uns aber hart verarscht, der Cubser! Nein! Athena, neighbours für den Hut! Oh mein Gott! Arm has been defused. Ja. Was, ey? Hä? What? Oh Mann, ey, ist das auch mal so schlecht. Wer, wer war denn als... Wer war denn als letztes bei der Bombe? What the fuck? Ja, als sie halt umgedreht ist, sie halt so... Was? Ist das im Ernst? Hä? Die Bombe zieht doch, aber scheiße! Arm has been defused. Von okay auf... Ach, ohh was? ova Pollack hat... sei... Große... Molotow-Cocktails... áááááá! Szara, no Szara. Gretl will sie mit hier reinschleppen und sagen, planner, ich habe was richtig krasses gefunden. Dann macht ihr die Tür auf. Geben mit ihr rein. Sie dreht sich um. Und... Alter! What the fuck? Oh. That's a trap. Und jetzt am oberen Rand, Jungs. Jetzt am oberen Rand. Das ist auch eine Falle. Siehst du? Ja, halt. Fahrt mal so, dass... Ja, so. Oh, oh, oh. Oh, Dark Souls hat aber richtig dicke Eier. Oh, Aiden aber auch. Wer steigt jetzt aus? Oh, 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 oh. Alter, du hast überlegt. Halt, warte. Welche Farbe bin ich? Rot oder blau? Nein. Mann, Junge. Und dann macht er... Alter, guck mal. Guck mal. Demi ist so pervers. Das ist das neue CS. Sieg hat willkommen im... Oh, Alter, Demi. Ey, tu, geh mal genau hierhin. Bisschen näher. Bisschen näher. Ne, ich kann den jetzt nicht töten. Oh, Alter. Komm, wir springen hier runter. Wir springen hier runter. Ja, wir springen beide runter, okay? Bei drei. Wer sich nicht traut, ist nicht so cool. Ich fass mich schnell mal an. Ich kippe noch den Nade ab. Ich kippe noch den Nade ab. Gretel meinte vorhin auch, ich... Oh, oh. Oh! Jesus, Leeroy! Das war nice. Oh mein Gott, Bubbler. Holt sich hier gerade. Oh mein Gott, Roshibibli. Man, I hope you walk yourself back to the house tonight, because I don't want you to carry in. Gut. Wir haben genug Videos geschaut. Jawohl, ja! Nice! Ach du, Jungs. Check out von hinten. Check out von hinten. Ich bin da mal... Oh mein Gott, der hat mich! So nennt man das? Soll ich gehen? Okay. Polak! Hey! Alter, die L's da. Was kann die so? Ist ganz gut für Nahkampf. Und am besten aus der Hüfte. Oh, Alter, ich hab von hinten! What? Jetzt von mir bitte einmal ein Machtwort. Alle runterkommen. Nicht mit Absicht Leute ärgern. Und oh mein Gott! Oh! Ach du Scheiße, Alter. Hey Captain Fantasy, ich schieb mich mal an. Okay, pass auf. Alter, wie gut das geht! Drei. It's getting hard in the... Ich wollte noch einmal... Er hat mich mit Molly gekillt, habt ihr das gesehen? Ja, schau euch ja. Das ist auf jeden Fall was, was mir sehr gut gefällt. Sehr schön, Adrian. Also, meine Freundin und auch diverse Röckchen. Röcke. Die sind jetzt nicht zum Weggehen. Die sind jetzt nicht zwingend zum Weggehen. Sleasel, kann ich jetzt gucken, ohne dass ich gebannt werde? Jan, bist du ready? Ja, aber Jan... Alter, ich wurde Rick Rolls. Was, Sleasel? An, 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 an. Oh, fuck, boys. Wow, what the fuck? Was war das? So, was ist denn los, du Sleasel? Hast du Angst, oder wie? Du Sohn eines Uhrenverheißers. Alter, er heißt Uga Buga und ist abgefucket. Oh mein Gott. Das passt jetzt nicht. Jan, Film, lass, ich springe. Ich springe auf. Okay, Sleasel. Alter, du spielst die Achtung. Alter, du spielst die Achtung. Du spielst die Achtung. Alter, war das krass. Das geht nicht. Das muss ich dann leider... Meine Stimme klingt wie... Das ist engloubel. Halbtoten. Ich habe auch den Up-Rank eben. Jungs, wie? Was? Hähn, bitte? Also jetzt gerade, wo es langsam halt wirklich auch warm wird hier drin, ist es ein bisschen warm. Man, hinter mir war Jason. Look at this, dude. Siehst du den auch? Er fremst einfach vor sich hin. Guck mal, wie er krabbelt. Oh, ich spiel ihn mal kurz an. Hoppala. Oh, ey, 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 ey. Es ist, ähm, Speed Freak, Speed Freak. It's Void Freak. Ja. Ich habe ihn schon gekillt. Ich habe ihn schon gekillt. Er hat eine Bandanbombe gehabt. Und du bist wahrscheinlich der nächste Saikosa. Kann das sein? Hat er wiederbeleben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er ein Saikosa auch trägt. Ja, ja. Oh, oh. Geht einfach close. Ah, hohohoho. Weißt du, gegen Noobs fange ich eigentlich gar nicht erst an überhaupt. So, so. Alter, what? Meanwhile. Okay, das ist echt, klingt nicht so gut.